Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Also... Ähm... Okay... Gott, hier liegt der auch... Was ist denn hier los? Wieder ein Zettel. Oh... Hey, gut, wollen wir uns mal kurz... Okay... 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 Ja... 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 Das sind die... Das sind die Bauten, wa? Auf der anderen Seite. Tolle Horst. Oh Gott. Jetzt hier einmal durch. Ich sehe doch schon, komm, das wird hier nicht easy peasy einfach so ein Spaziergang. Das ist unser Warnsignal. Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Okay... Gibt's hier noch... Gibt's hier noch... Ich will noch ganz kurz... Wir rennen hier schon wieder durch. Ich... Ich... Ich würde gerne... Ja... Gibt's hier noch irgendwie was zu finden an... An... An Loot? Richtig, richtig nice. Ich muss aber auch sagen, die Aussicht mal wieder... Geil. Einfach... Geil. Lasst uns doch mal schauen, was wir hier noch so finden. Oh, das... Das... Da sieht's doch schon wieder aus wie... Nicht gut. Nicht... Nicht gut. Okay, wir haben hier auf jeden Fall ein paar... Schmeide ich jetzt. Oder? Weiß nicht. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Jetzt sieht's so verlassen aus. Aber irgendwie auch... Nicht. Also hier wurde ja grad noch gekocht, oder nicht? Oh ja, hier gibt's noch ein bisschen Munition. Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Ja, wunderbar, 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 wunderbar. Pfeile, okay. Cool, 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 cool. Oh man. Oh man, das wird doch... Das wird doch... Das endet doch gleich alles im Chaos. Wenn sie jetzt schon sagt, von wegen, wo sind alle, dass die kämpfen, dann ist doch... Da wird doch hier gleich richtig böse rumgeballert. Das nimmt doch kein gutes Ende. Freunde. Und wenn ihr das einfach hier so, ähm... Nicht mehr wollt, dann hört doch einfach damit auf. Ist doch... Super simpel. Eigentlich. So, okay, hier gibt's noch mal ein bisschen Munition. Wenn's so viel Munition gibt, dann heißt das doch schon wieder... Das ist... Och man, oh. Das könnte doch nach hinten losgehen. So, hier haben wir ein bisschen Moon. Da haben wir ein bisschen Moon. Okay. Ähm... Hier können wir nochmal nachladen. Sehr geil. Äh, wir können doch jetzt bestimmt auch nochmal hier ein bisschen Moon herstellen. Dann kann ich doch bestimmt auch da wieder was nehmen. Oder? Da kann ich was nehmen? Nein, kann ich nicht. Was für eine Rotze. Kann ich nicht. Das ist jetzt aber unfair. Das finde ich nicht fair. Okay, hier kann ich nicht durch. Das ist... Vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Äh... Wer ist die denn? Ach, das war die Mutter, die die Leute hier alle anbeten. Okay. Klar. Ja. Ja. Mhm, 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 mhm. Verstehe. Boah, hier geht's ja auch nochmal lang. Hier würde ich ja auch nochmal ganz kurz gucken wollen. Aber hier gibt's nix, ne? Schauen wir mal ganz kurz hier nochmal rein. Nope. Da ist nichts. Gibt's denn hier noch irgendwie ne Kleinigkeit? Wir müssen da hochklettern. Hoch. Hoch hoch. Du meinst wahrscheinlich da durchs Fenster, ne? Ah, da kommen wir nicht so einfach hoch. Oder? Können wir hier einfach so rüber? Und dann hier so rüber? Nee, können wir nicht. Ach, ich muss... Okay, ich verstehe. 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 So. Bauen wir uns noch ein kleines Kreppchen. Damit wir da hochkommen. So reicht das. Das müsste doch reichen, oder? Das wäre natürlich auch krass, wenn sie uns jetzt in so eine Falle locker. Das wäre jetzt auch heftig. Okay. Oh oh. Bringt sie in Sicherheit! Los! Okay, die machen sich fertig. Ja, das ist gar nicht gut. Ja, das ist wirklich nicht gut. Ja, die ist gar nicht gut. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Okay. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Klar, wir gehen jetzt eine Runde spazieren, oder was? Da unten? Fließ das Tor! Riegel das Lader ab! Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich versuche das mal ein bisschen Silence mäßig zu machen. mit dem Crossbow. Aber ich will die eigentlich gar nicht töten. Können wir die einfach nicht umgehen? Ist das nicht auch eine Option? Das war nicht gut. Oh, das war richtig. Oh, der hat weh. Linke Seite! Ein Bogenschütze! Oh, noch ein Bogenschütze! Okay, der war nicht gut. War das jetzt? Ja gut, wenn wir jetzt eh schon entdeckt sind, dann können wir hier auch gleich ganz kurz, kurz, kurz einen Prozess machen. Fixer. So, dann machen wir mal ganz kurz Heilung. Das war jetzt natürlich... So und Smooth gelöst. Das war richtig geil. Können wir im Gras einfach uns hier so ein bisschen... im hohen Gräs ein bisschen verstecken? Geht das? Das wäre ja auch eine Option. Um die dann einfach zu umläufen. Aber... I don't... I don't know. Könnt ihr jetzt überlegen, ob man den jetzt hier soweit nimmt? Okay. Okay. Ich habe vergessen, dass ich ja noch ein bisschen zumindest minimal nachjustieren muss, bei diesem Auto-Aim-Fokus-Zeus. Dass man den nicht ganz so, äh... ohne weiteres so laufen lassen kann. Ist hier noch was drin? Nope. Den können wir uns nicht mehr grabeln. Okay... Okay... Hey! Ein Wurf ist im Dorf! Schatz! Los, zur Sägemühle! Das wirst du büßen, Yara! Äh! Ja... So, den werden wir schon mal weg. Gehen aber auch weg. Oh Gott! Das war aber jetzt... Knippjes! Woher? Da oben? Ne, vor allem. Okay. Ist weg. Ähm... Mal ganz kurz... ganz kurz nochmal hier hinten noch hinrennen. Ja, ich wollte mich ja eigentlich gerade... Dübliten. Dübliten. Ja... Ja... Ach du Scheiße! Ist das nur ein mieses Mist? Lalalalalalalalalala! Nein, 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 nein! Der ist nicht so einfach zu töten, ey! So, jetzt äh... Haben wir eh schon Lärm gemacht. Weil wir hier alles verkackt haben, was zu verkacken ging. Na ja, da können wir dann hier auch munitionstechnisch einfach mal hier die anderen... Dinger rausholen. Ja. Hello! Alter, wie viel schluckst du? Junge! Leck mich am Arsch! Das war jetzt aber... Alter, der hat aber richtig... Ja! Ja! Ne? Der war... Richtig böse! So, warte mal ganz kurz, ganz kurz wieder... W-w-w-we wechseln? W-w-we wechseln? Ne, das war's nicht. Ne, das war's auch nicht. Gibt's noch welche hier? Hallo? Noch jemand da? Shit! Da hör ich doch noch was. Ja, dahinten. Also wir sind nicht allein Nicht So, wir haben ja noch die Jagdpistole Die Jagdpistole, die hat ja auch einen ganz schönen Booms Was das angeht Ich hätte aber liebend gerne eher Einen Schnipper So für die Long Range Aber nie Was pfeift ihr denn hier so rum Okay Okay, warum hat sie uns nicht gesehen Wo ist sie denn Boah, fieser Wichser, Alter Au, der tat richtig weh Der tat richtig weh Kann ich mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz Muss ich mich mal heilen Wir müssen kurz time out, Pause Okay Haben wir Gibt's hier noch irgendwie an Lol Okay Da ist die Hand weg Da hat er wohl die Hand Die Hand, die Hand, die Hand Okay, da hast du noch was liegen lassen Ist der uns schon? Ich hoffe, dass sie uns jetzt so ein bisschen Deckung gibt hinter uns Ich will mich auf den da vorne konzentrieren Ja So, das war jetzt ein Satz mittags für mich Warte mal kurz Habe ich doch jemanden gehört Oder warst du das? Hör auf dich zu bewegen Versuch doch auf die Geräusche zu hören So, hier kann ich mich nochmal Gibt's nochmal eine kleine, kleine Heilung Ja, wo sind sie hin? Ist da noch ein Typ? Ich wusste doch, da ist nur einer Oh, da ist auch noch einer Die Brian Oh, der tat weh Zieh schnell mal raus den, den, den Den, den, den Den, den Jetzt ernsthaft? Okay, das war, das war Viel Action Man hätte es bestimmt Fünfmal einfacher machen können Aber Einfach ist langweilig Deswegen machen wir es halt uns ein bisschen schwieriger Indem wir einfach Nubig, wie wir sind Gar nicht Sneaky vorangehen Sondern einfach wirklich Gippie Sondern einfach . Aber nicht Bo Bo